herzlich willkommen zu unserem let's play von league of legends der fleurity spielt ranger der raza 88 spielt garen und ich sehr auf 91p spiele problem aus warum ich braun spiele weil ich support bin weil nichts anderes übrig geblieben ist warum ja warum ist die banane krumm es gibt auf alles eine antwort warum zu langsam nee weil ich es offen gelassen habe wer wohin geht ich hätte zwar gerne in die mitte gewollt aber warum warum weil es könnte vielleicht passieren kann eigentlich gar nicht sein im spiel das müsste ich fast schon wieder drin lassen jetzt sagt der ollie gar nichts mehr oder was also was 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 oh was was Möchtest du nicht sagen? Ich habe Endor? Oder wie war das? Nee, A, E, I, O, Y. Gut sein, dass dann mein Rot in Wäden will. Oli kann schnelle Worte ansetzen. Oli? Was, was, was? Abort, wenn du kannst. Kann er. Aber pass auf, kann sein, dass da jemand an der Nähe ist. Bist du schuld? Ja. Open up. Das gab einen ganz schönen Ausschlag. Miss Fortune und Caitlyn auf der Bodlein. Ich habe gar nicht geguckt gegen wen wir spielen. Oh, ich auch nicht. Ich werde einfach nur farmen und dann werde ich die unten töten. Miss Fortune, Caitlyn, Jace, Darius und Lissin. Nice. Nur Squishies. Besonders. Das ist Darius. Das ist Darius. Da komme ich nicht zu nah. Das ist Darius. Da komme ich nicht zu nah. Das ist Darius. Das war wohl nichts zu erleben. Ich werde einfach mal versuchen viel zu farmen. Du das. Du das. Im Moment ist noch alles gut. Alles ist super. Okay. Gut, weil man pusht und dann stoppt. Die Jinx ist jetzt schon so. Boah, fuck, okay. Der hat echt kein Lass mehr. Mein Gott. Das ist schade. Ich. Ich auch nicht mehr. Die Caitlyn pusht jetzt natürlich ziemlich krass, ne? Da komme ich nicht dagegen an. Nein, du brösser Turben. Der klaut mir an meinen Farben. Ach was. Hier fehlt doch niemand. Es sind sogar mehr da wie vorher. Oha. Eieieiei. wir bekommen ich bin eine tür doch gehört also muss ich geräusche machen Yo, open your door. Rechte Tür. Also man muss sagen, Darius ist ziemlich stark. Ist ja auch Darius. Darius ist immer stark. Black Commander. Sometimes I see heart just leave it. Kampenbot. Er kommt bot. Aber sie, sie hat was zuerst geschrieben. Lee mit. Lee Schmitte. Nur das go. Er hat in dem Moment eine Wort gesetzt. Kann ich denn seine ulti blocken, wenn ich denn mit meiner Crew treffe? Ich weiß nicht, ob das da noch abgebrochen wird. Boah, der steht Level 6. Ach du Scheiße. Wer ist Level 6? Faze. Hm, nice. Daru ist auch. Hm, nice. Ist echt lustig, dass ich Level 5 bin und die Jinx Level 4. Hm. Die sind echt nervig, die zwei Hunden. Ich muss den Jungle noch mehr machen. Auch kann man ja in dem Klasse Scheiße. Ich hab gerade gesehen. Den Barmum zu lassen. Ich muss halt extrem aufpassen. Du hast mich. Der Leicester voll reingeht, ist er tot. Und Lee Sin hat gerade gekannt und junglet. Womit? Ja. Ach, die sind weiter. Ich hab's auch noch verfehlt. Kekse. Ganz viele kleine Kekse. Ich bin reingelaufen. Ich dachte, ich schieße in eine andere Richtung. Naja, was weiß. War unbedingt oben auch ein Gangwetter. Ja. Ich komm gleich. Ja, freundlich. Jetzt hat die noch hinterher geflasht. Nee. Ja, die war schon tot und dann kam noch Flash. So. Hm. Dann. Lass sicher gehen. Ja, schon. Aber das war... Da war schon noch ne Verzögerung dabei. Deswegen sah's komisch aus. Was macht die Keilen dann mit der Fragezeichen? Keil sein. Warum? Und dann Wodum. Komm dann mal hoch. Und mal halt was. Ja, ich treff's dir sogar noch. Oh, dann kann der nicht wirklich helfen. Mensch. Hat der da schon wirklich Schaden? Ist der aber klapp oder was? Ah, alles. und hier hätte ich einen 15 mobile zu verstorben jup kacke man oh die fallen überall diese fallen was war das gerade nicht sterben nicht sterben nicht sterben das ist ein übeler typ er macht doch aus den Schaden ein paar Stipptaste mit fast jedem Charakterproblem für 30 nach vorne gg ich habe es zwar nicht gesehen aber ich habe sie sterben hören Das ist nie gut. Fuck, Alter. Der Gang zu scheiße gut, Ali. Ja, gieß dann, würde ich hier auch noch mal töten. Ein bisschen Kartan oder so. Jetzt kommt das N.P. Kannst schon mal deine Aufnahme stoppen. Warum? Ja, aber ich werde ja voll vor die Schnarze kriegen. Ist doch egal. Macht ja nichts. Alter, macht der Schaden. Ganz witzig. Warum oben fällt? Gut. Das war gerade echt Pech. Halbe Sekunde oder so. Oh, cool. Ich weiß nicht, was er meint. Oh, es gab mal eine Band, die hieß Ohm. Hey, ich habe ja schon mindestens 1-4 wenigstens. Ja. Super. hoch. Und da. Und da. Boah, der kotzt voran, der Junge. Man, da ist zwei Level weiter. Ich weiß nicht wo es ist, gerade eben noch da. Brom is on the way. Ooooooh. 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 Alter, ich geh in Arsch. Schreib deine ulti nochmal, pass auf. Ja. Du hast gesagt. Boah macht der Schaden. Boah. Okay. Okay. Bin ja wegen. Ah. Kacke. Oh ne. Wie hat das eigentlich das Glute? Gunt mal was. Nice. Hab so gut reagiert. Ja. Was eigentlich gut reagiert. Und was... Nicht gut reagiert. Der hat glaube ich gerade einen blauen, naja Jace war da, genau, und irgendjemand hat dich gesehen. Ups, scheiße. Die kommen zu, ne kommen sie doch nicht. Hä? Ich hatte doch B gedrückt. Loll, ich steh hier rum. Äh, psch, ja. Wenn wir wahrscheinlich rot geklaut haben. Ja, wir kommen. Alle gerade in die Richtung. Klick, klick. Hättest jetzt auch dein Ulti auf mich setzen können. Echt. Die ist so blöd, die hätten nur das Ulti setzen müssen, jetzt verschwendet. Ja. Teil gegen Darius Ulti. Die hat's immer noch. Meine Fresse. Ich muss nur einmal die Ulti machen. Ach, Kotzberg. Kannst da aber laut sagen, Kotzberg. Na ja, theoretisch machbar wär's noch. Ja, klar, ich das mach ja. Ja, ist ja auch. Aber du hättest trotzdem nur dein Ulti setzen müssen. Dann hätten wir Darius und die sind bei dir. Ja. Ich mein, im Endeffekt war das Darius. Die haben das Problem, warum wir gestorben sind. Das war ich zum Glück gestorben. Du bist aber auch gestorben. Ja. Oh, einer Scheiß ist ja nirgendwo noch nicht. Ja. Chase fällt. Der kommt hoch. Nicht mal ne Chance. Oh, lol. Da hab ich schon noch reißen. Lee Sin kommt runter. Lee Sin kommt runter. Der läuft ja Darius. Oh, shit. Kann dir nicht endlich helfen, Jinx. Oh, die Scheiße. Die fehlen alle unten, die waren Drachen. Ja, dürfen sie. Autsch. Ich bin tot. Ulti. Ulti. Gutsch ab. schwach. Wenn du Probleme hast, komm zu mir, erst. Er ist es wahrscheinlich gegangen ist. ich komm auch auch noch ein moment probieren muss wegtreiben kann man der typ ich hab wegflaschen auch sein gut wer ich machen kann wir halten es noch gut ja und zwar gar nicht mehr zum farmen oder sonst irgendwas 19 minuten und karten 90 farmen kreise ich hab 17 kann schon ewig mit der 86 rum problemisch ich sehe auch keine möglichkeit zu farmen die sind wir jetzt euch hat eine unten hilfe jetzt vor die schlacht die ganze zeit weil sie auch kommen das drauf geht manchmal müssen alle zu weit weg lol der ging in die falsche richtung Sometimes i see hard just needs warm smiles No, you are not gonna Achtung, da kommen noch mehr Oh lol, hab ich jetzt gesoffen oder was? Boah, ich hasse ihn Der lix der ist noch weg Ich hab kein Life gehabt Ah, no, total Oh lol, flash die weg Ich bin also schwer mit Lee Sin wegzukommen Niiiinside Niiiinside Hallo Oli Sag doch was Ich hab mir ein bisschen Geld geholt Ich hab mir ein bisschen Geld geholt Ich bring kein Geld Ja So ist es bei mir auch Es ändert im Endeffekt ob ich lebe oder sterbe einen Tower kriegen sie nicht Kann man es ja mal probieren Ja Ja Ach du Scheiße Genau Ich hab ja gemacht Musst du dann ins Bett Ich hab noch eins Ich hab noch eins Ich hab noch eins Ich hab noch eins Wir können jetzt auch noch 10 Minuten weiter spielen Ich denke da gehts nicht Was hab ich denn? Keine Arme Ah kurz rein Das war wirklich Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Ich habe sogar Angst, Alter. Ich kann mich nicht bewegen, so eine Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Haben wir die gerade zurückgetrinkt? Ja. Tschüss. Grazi, Chit. Eigentlich wollen wir nur Rüstung kaufen, weil die haben ja noch Typen mit Rüstung. Ich würde mich mal Top-Land in Form holen. Ach komm, du skippst nicht. Gar zu blöd, echt. Da hast du dann auch nur die Dauer von meinen Ulti und so weiter. Ja. Komm krater. Und weg. Das kann man halt aufgeben. Aufgeben. Die zwei wollen nicht. Ja. Ich meine, ich sehe den Sim einfach nicht. Warum soll ich mal weiter spielen? Ja. 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 Das ist ein Torx. Ja. Tschö. Vaся? Mh mh Wird nicht Sobald macht Noch nicht Ich bin zu schnell Was für Mobility gut. Die ganze Schalmacht wird noch ein Ultima nicht versendet, die ganze Zeit schon. Ich hab von der Seite. Lauf gehen. 25, 16. Ja, da flasht die irgendwie genau das in die Menge. Das gibt's nicht ohne Witz. Ahhhh. Ja. 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 Ja, naja. Ja. Ja. Das halte ich nicht mehr auf, greife ich nicht an. Einfach mal das Spiel geben, was gut ist. 31er. Was ist der Thornmehl? Rüstung, diese Stachelrüstung da. Ja, wow, und dann? Ja, nächstes Item. Ja, wow. Da wird man nicht drinnen. Oh, 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 oh. Okay. So, weil die Zeit drum sind, das Spiel endlich zu beenden, beziehungsweise weil die halt ihren Spaß dran haben. Oh, 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 oh. Ich bekle den nicht mal. Ich habe daneben gehauen. Das heißt, daneben gehauen, das war zu schnell tot. Das hoffen habe ich diesmal. Ah. Du hast gebrochen. Du hast gebrochen. 18 zu 45 Farben kann sie nicht aufgeben. Ja. Ich denke, dass man nicht nur wegen 10 Kills aufgeben muss, ok. Aber... 30 Kills aufgeben. 30 Kills untergeben. Ich hab jetzt auch keine Lust mehr. Ich biet ihnen wahrscheinlich ganz viel Zeit. Kannst du mich gar nicht dafür reporten, dann sehe ich sogar einen. Was macht sie die ganze Zeit? Das macht sie die ganze Zeit. So gleich. Ich kann alles verhaue, ey. Ich mach mal. Ich schütze meinen Q gerade in irgendwelche möglichen Rechte. Ne, kann man nicht, weil Chase kommt. Wenn man mit einem Schuss halbe Leben macht. Ich hab das Geld in Rappel. Ich hab das Geld in Rappel. Ich hab das Geld in Rappel. Ich hab das Geld. Oh. Oh. Oh, wie es das gehört. So. So. zufrieden sind die geben jetzt nicht auf das kann ich vergessen ich glaube dabei jetzt nicht drauf gekommen dass kommentar ist mit seinem ulti Ah, das ist ein AP, Miss Fortune. Ja. Das Thema von mir. Ja. Das Thema von mir. Ah, ich kann ihn nicht mehr auf. Ich kann ihn nicht mehr aufnehmen. Oh. Ich hab ihn nicht mehr auf. Ich hab ihn nicht mehr aufgenommen. Das ist unsere Schuld. Wir können nicht kämpfen. Weißer. Fawnmail bringt halt nicht viel gegen Darius. Verstehst du es nicht? Sie fragen warum. Ja. Wir haben gesagt Fawnmail. Jetzt gewinnen wir doch. Ja. Jetzt kann ich solo Waron machen. Also nicht machen. Er wird dabei sterben. Ja. Okay meine Ulti nichts machen. Die. 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 Was macht die? Verkiss dich da. Die will sterben. Er hat die zusammen Waron nicht gemacht. Ach so. Die macht es ihnen jetzt noch. Er schießt dann zu hin. Ja. Er. Man. Man kann den nicht treffen. Gelt. Gelt. Wir graden. Das stimmt. Man, Gegner gerade reinlaufen. Man kann's da echt nicht mehr haben. Das schossen. Ich geh doch zurück, was willst du denn noch? Ich hab mich gerade eingepinkt, dass ich zurückgehen soll. Haha, perfect. Ich möchte nicht auf die Hörner. Das ist wahrscheinlich nicht. Das bleibt doch von mir. Ah, ne, da schon. Ach, geil. Das ist wirklich Hammer. Oh. 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 Was ist das, was wir tun? Ich habe gerade geschaut, aber ich meine, oh. Oh, oh. Ich habe es vergessen. Wollte ich auch noch machen. Wie kann man... Ja, können wir auch. Wir könnten Schimmer. Aber das ist den Aufwand, ich wäre meiner Meinung nach. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss das zusammenbringen. Jelm, wir haben einen einzelnen Arten, wenn wir da reingehen. Baronen geklaut. Ich hab den Irans schäblich gemengelt. Ich schreib's dir. Er hat vor Noob geschrieben, als er Bluebuff invaded hat und er den Smite gewonnen hat. Ich glaube Baron ist ein bisschen mehr wert. Das ist ein bisschen mehr wert. Bram ist auf dem Job. Hehehe, I wonder what's around next corner. Benno. Ah, that's a fucking Ulti, ey. Yep. I think we'll have another. Ah, that's not exactly the same thing. And we'll get a Nibletor for that. Yep. I think we'll have the panelist more. Idioten. The team has destroyed a turret. I'd rather have the Nibletor. Darius is there. The rest is still coming. Ah, I don't get it. Garen has a powerhouse with his weird passive. Yeah, another 10% more armor or something. 20. 20 even. He has just 439 armor. That's normal. I'm just at 360. Ah, I'm just at 450. Now I have 450. Even the heaviest door can be opened. Frick. You have 446. Ah, yeah. 82% less. Physician damage. My answer. You call me a Panzer. 82. I'm just a fortune. the king took over a while. I'm just a 머리 still. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know what to do. Move like the heart! Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Oh, fuck, das sind ja die. Ja. Ah, okay. Aber ich dachte, das wäre die. Nee. Weil ich gar nicht erst reagiert. Wir sind nicht rot. Nee. Na Max, wir sind die zwei Panzer. Das ist auch nix. Vor allem, ich kann ja noch mehr Rüstung geben, ne? Nur da ich lieber um die anderen beiden. Ich muss Kai und Jens beschützen. Ja, ging ja nicht. Ja, geht schon, wenn ihr nach hinten geht. Die beschützt. Und ich versuche zu bleiben. Ich versuche, was ich meinte. Warum kehren die weg? Sind die dumm. Wir könnten einfach bangen. Ja, warum? Wie bangen. Hätten sie schon längst machen können, und wenn wir verlieren uns, ist das noch. Ja, warum ist das noch? Wenn started? Ja, warum ist das noch für mich? Oh mein. Ahim. Der Wied. Ah, ich bin ein Spiel.